Hallöchen! Hi! Ich darf heute Haare schneiden. Ich habe keinen Bock mehr auf meine langen Haare und ich brauche eine Veränderung. Und heute bin ich auf der Reihe. Maxine darfst mich nämlich aussuchen. Und ich weiß nur, dass es kurz wird. Aber wie kurz weiß ich auch noch nicht. Nein! Kein zurück mehr! Haare ab! Okay. Ich will sagen, weiter geht's, ne? Starten wir? Ja, hast du ja auch schon! Geht ihr? Oh mein Gott! Fertig Bobob! Also ich bin süß! Was meint ihr so? Süßes Roggenbaby! Da hat Maxine sehr viel Spaß dran. Ich weiß auch nicht so genau, ob ich daran Spaß habe. Ich finde, wir können dann neuen Trend aktivieren, oder? Ja! Okay, wir gehen Haare schamponieren und dann geht's weiter! Oh Gott! Das ist auch das Dr. Bischof. Und dann geht's weiter! uchen wir zu bleiben. Wir gehen auf das drittemische Weg. Wir gehen auf das Dr. Bischof. Und das Dr. Bischof, das ist ein dr contributor. Ich möchte mal auf das Dr. Bischof. Und wir gehen auf das Dr. Bischof. Und dann sind wir wieder auf dem Dr. Bischof. Und dann können wir unseres Geruchs. Und dann werden wir setzen hier hin. Untertitelung des ZDF, 2020